Wann kommt endlich Hogwarts Legacy? Guardians ist das coole Spiel, das macht bock. Also das ist so eins... Komm, wenn ihr nicht so viel Fortnite haben würd! So Mini hab ich jetzt 6, Biggy hol ich mir jetzt den dritten. Wo Olli? Äh... Ja, danke wieder für den Schaden! Meine Fresse! Olli! Den mach ich! Weißt du was der Kevin, wenn Feuer ausbricht, nicht seine Position verlässt, wenn noch ein Loot over ist? Da, da durch, ach komm! Ich mach mich hier nicht weg! Okay, wer hat den Rift? Okay, ich hab den Rift. Ist der Kevin? Warte, 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 lass Kevin nicht hinkommen! Wir haben hier eine Menge Splash-Dinger zum Aufleveln wieder. Zum Vollmachen. Perfekt, alles gut! Sonneanwalt verpennt! Oh, die ist unnormal weit weg, wir werden's nicht mehr mit dem Fliegen schaffen! Ich hab richtige Scheiß-Waffen, ich hab alles Grün! Ich hab einen Gold! Ich hab einmal weiße, einmal Grün, einmal Lila! Einmal Gold-Riss! Nutz einfach den Fluss! Soll ich mal, ich wollte sagen, sollen wir hier runtergehen, ein Boot nehmen? Wer nicht eins sehen würde? Irgendwo? Boot? Hallo? Schon in der Zone! Oh, ne epische Kiste, die gehört mir allein! Der schöne Sniper! Na, ihr spielt lieber die fette Sniper, oder? Die Sniper, die kriecher nämlich die... Die CDMR, geiler! Ja, ich glaub, man... Wagen nehmen? Dreckswildschwein, weißt du, das hat mich hier unten ins Loch geschubst! Oh, eine blaue Minigun ist, perfekt! Ich glaub, die haben uns gesehen, die haben auf jeden Fall in die Richtung geguckt! Nein! Mein Gott! Was muss ich jetzt hier rausbauen? Links neben dir ist die... Nein, egal! Vor uns, direkt! Na, das ist auch in der Throne im Fluss gewesen... in der Krone im Fluss gewesen! Auf dem Ballarm? Ich weiß nicht... Was ist der? Ich weiß nicht... Was ist der? Der Teig bei dir ist! Der Teig bei dir ist! Der hat schon gehört! Der kommt in einem Ball an! Mein Gott! Hier ist auch noch... Sind noch welche? Werden beschossen, ja! Einer ist down! Wo sind denn die da unten drin? Ja! Einer ist down! Einer ist weiß! Der sich gerade zubaut! Die Zone kommt! Einfach an den vorbei! Nein, scheiße! Komm, mit dem Fluss schwimmen! Da sind wir schneller! Die müsste ich erstmal hochheilen! Die müsste ich erstmal hochheilen! Das waren nicht die mit dem Lift! Das waren die anderen! Dann... Also ich sehe sie nicht! Da bin ich noch gar nicht in der Zone! Hups! Boah! Wurde ich gesnipet! Ich bin jetzt auf dem Bildschein unterwegs! Ich gucke hinter uns gerade, damit wir von hinten nichts abkriegen, aber... Auto kommt von links! Ich habe einen niedergestellten in der Zone direkt! Ah, der wurde wieder weg gesnipet! Der ist nicht mehr viel, der ist weiß! Schieß drauf! Schieß drauf! Komm rein! Komm rein! Dieser hat mich nicht mehr an der Zone übergeben gelangt! Ja, dass er nicht mehr an der Zone denkt! Hey! Dann bemerk ich mich mal etwas! Widersprüche! Ich bin jetzt besinnigend, gerne mit! Oh, nein! Ich bin jetzt noch nie zu Hause! Ja, das ist ja noch so! Oh, nein! Ich bin jetzt noch nie zu Hause! die sind da hinten auf dem berg medikit eine lila pumpe wo die sehen uns nicht warte warte wenn die sich nicht bewegen 188er hit gegeben einem headshot 188 schön alles abgezogen natürlich stirbt er nicht hat noch zwölf leben aber der zweite hat auch geschnitten wo noch ein anderes team hier sind jetzt was gebaut wir sind am strand hier die zonen sich entwickelt dann müssen wir eventuell zu uns oder wir haben die weg der eine ist am trinken headshot wo unten drin um rote markierung da der bau zieht es vor jetzt alleine na ja wir haben dann ein gegner wo ist der hat sich kaputt schießen war verdammt du kannst die darunter aber kaputt schießen nach links ist er noch ja der ist ein luther ich mache den baum weg wenn die granaten gut schießt auf den schießt auf den schon abgelenkt ich hatte genau den kopf genau den kopf im visier und das dach war dazwischen sehr schön an spielern 710 habe ich 440